Die Deutsche Konservative Partei, Deutsche Rechtspartei war eine politische Partei in der britischen Besatzungszone. Geschichte Entstanden ist die DKP-DRP am 22. März 1946 durch den Zusammenschluss der Deutschen Aufbaupartei und der Deutschen Konservativen Partei. Die DRP verstand sich als Nachfolgepartei der Deutsch-Völkischen Freiheitspartei, die sich 1922 von der Deutschen Nationalen Volkspartei abgespalten hatte, während die DKP versuchte, die Anhänger der DNVP wieder zu gewinnen. Die Partei stand in der Tradition des monarchistisch orientierten preußischen Konservativismus. Ein konservativ-christliches Parteiprogramm mit leicht monarchistischen Zügen, mit welchem man sich an die Parteiprogramme der DNVP anlehnte und den Nationalsozialismus scharf verurteilte, wurde 1946 von Hans Zehrer und Otto Schmidt Hannover auf Sylt verfasst. Bei der Deutschen Konservativen Partei wurde dieses Programm als konservatives Manifest bezeichnet. Bei der Deutschen Rechtspartei als Manifest der Rechten. Bereits im Sommer 1947 begann die schleichende Auflösung der Partei, als das Hamburger Mitglied des DKP-DRP-Zonenrates Erwin Jakobi mit zahlreichen Parteifreunden, darunter dem späteren Finanzsenator Wilhelm Ziegeler, zur Deutschen Partei wechselte. Dieser Trend ging weiter, als sich am 11. November 1947 der Lübecker Kreisverband unter Hans Evers, der die DAP mitbegründet hatte, abspaltete und ebenfalls zur DP ging. Andere Kreisverbände schlossen sich an. In Nordrhein-Westfalen verließ die DNVP-kritische Gruppe um Joachim von Ostau ebenfalls schon bald die Partei. Im Vorfeld der Bundestagswahl 1949 kam es zu Verhandlungen mit der DP und der Nationaldemokratischen Partei über eine Fusion. Die aber schließlich scheiterten, weil insbesondere die britische Besatzungsmacht erklärte, eine Fusionspartei aus DP. NDP und DKP-DRP würde in ihrem Bereich keine Lizenz erhalten. Für die Bundestagswahl 1949 schloss die DKP-DRP daraufhin in Niedersachsen ein Wahlbündnis mit der Gemeinschaft unabhängiger Deutscher unter Fritz, Dolz und Franz Richter, die keine Lizenz erhalten hatte. Teilweise trat sie dort unter dem Namen DRP, Deutsche Rechtspartei, auf. Die GUD schloss sich nach der Bundestagswahl 1949 der DKP-DRP auch organisatorisch an. Bereits am 2. Oktober 1949 wurden Dolz und seine Anhänger ausgeschlossen. Sie gründeten noch am selben Tage die später verbotene Sozialistische Reichspartei. Am 21. Januar 1950 nach Ende des Lizenzierungszwanges schloss sich die DKP-DRP mit der hessischen NDP unter Heinrich Leuchtgens, deren nationalsozialistischer Flügel zwischenzeitlich ebenfalls zur SRP gegangen war, zur Deutschen Reichspartei zusammen. Eine kleine Gruppe um den letzten Vorsitzenden Hermann Klingspor führte die Reste der Partei, die sich nicht an der Fusion beteiligen wollten. Noch eine Weile als nationale Rechte weiter. Diese Kleingruppe näherte sich den eher konservativen Landesverbänden Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen der Freien Demokratischen Partei an, in die die meisten Nummermitglieder schließlich auch eintraten. In Niedersachsen trat die Deutsche Rechtspartei noch 1951 mit geringem Erfolg bei der Landtagswahl an. Wahlergebnisse Parlamente Im ersten, von der britischen Militärregierung ernannten Landtag von Schleswig-Holstein, war die Deutsche Konservative Partei 1946-47. mit Walter Harkensee vertreten, im zweiten ernannten Landtag 1947 dann mit Hans Evers. Neben den fünf Sitzen im Bundestag für Adolf von Tadden, Franz Richter, Fritz Dorlz, Herbert Miesner und Heinz Frommholt erzielte die DKPDRP bei den Wahlen zur hamburgischen Bürgerschaft am 16. Oktober 1949 ein Mandat für Karl Schlumbum innerhalb des Wahlbündnisses Vaterstädtischer Bund Hamburg aus Christlich-Demokratischer Union, FDP und DKPDRP. Außerdem gelangen der DKPDRP Ende der 1940er Jahre einzelne Mandatsgewinne bei den Kommunalwahlen in der britischen Zone. Herausragendes Ergebnis waren dabei die nahezu 70 Prozent, die die DKPDRP am 26. November 1948 in Wolfsburg unter Leonhard Schlüter Adolf von Tadden und Bernhard Gericke erreichte. Nach Bildung der nationalen Rechten kamen mit Alexander Hirschfeld, Wilhelm P. Penbrink und Hans Joachim von Rohr 1950 drei von deren Mitgliedern über ein Wahlbündnis mit der FDP in den nordrhein-westfälischen Landtag, Bundesvorsitzende.